So, in den Front. Hui! Oh, guck mal! Wie süß! Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Slime Rancher. Zuletzt haben wir aufgehört, da vorne, bei dem Riesentubby Slime. Und jetzt wollen wir wieder hier, äh, neue Hühnchen suchen gehen. Ich will den zum Platzen bringen. Also, wir gehen jetzt hier fleißig Hühnchen farben. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Neues hier in diesem Dschungel, den wir freigeschalten haben. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Tolles zum Mitnehmen, zum Einpacken, bitte. Okay, die kennen wir schon alle. Explodierende Slimes, Tabi-Slimes. Das ist Kaka, die nehmen wir nicht mit. Kaka-Po-Po. Wir nehmen nur die Hühnchen mit. Oder die nehmen wir mit, zum Beispiel. Die Briar-Chicken. Die bringen einfach nur mehr Plot. Habe ich, äh, danke für die Info, ich wollte sagen, habe ich nachgelesen, sondern äh, danke nochmal, äh, habe ich vergessen. In den Kommentaren auf jeden Fall. Danke für die hilfreichen Tipps. Ähm, die bringen einfach bessere Kaka. Bei den, äh, oh, guck mal da. Guck mal, ein Kistilein. Nein, ich will nur die Kiste haben, ihr blöden, kleinen Schleimklumpen. Pisst euch. So. Oh, den nehmen wir mit. Den können wir, äh, obwohl, das können wir auch, den können wir auch nachts fahren. Ach, egal. Äh, so. Hühnchen. Da haben wir noch mehr Hühnchen. Briar-Chicken. Dö, dö, das ist wieder, äh, der Tar. Den können wir mit Wasser töten. Äh, da ist ein Rooster. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, tot. Wollte ich gerade einsammeln. Da ist noch mehr Tar-Slime. Da ist noch ein Briar-Chicken. 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 Briars. Briar-Chicken. Okay, das ist ein Tubby-Slime. Oh, die haben alle Hühnchen hier aufgegessen, oder? Da ist noch eins. Hühnchen-Kübiken. Briar-Hen. Stoney-Hen. Ach, das waren Stoney-Hens. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Okay. Hallo, ihr... Oh, oh. Ach so, ja. Ich soll die auf keinen Fall groß züchten, also, ähm, fusionieren lassen, die explodierenden Slimes. Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so gut ist. Deswegen habe ich das bis jetzt auch noch gelassen. Oh, sehr gut. Ich glaube... Oh, Mist, Mist, Mist. Wir müssen die Cube-Berries hier lassen. Obwohl ich die Cube-Berries nicht hier lassen will. Wir lassen den, äh, Cosmos-Slime hier. Die kommen ja sowieso nachts. Ist ja egal. Ja, ne? Das ist der Honey-Slime. Das ist der, der Dingenslime. Oh, hier. Sehr gut. Kommt mal alle mit. Ja, wir wollen dieses Ding zum Platzen bringen. Oh, wo war ich denn noch nicht? Wo kam ich denn her? Hör! Hier war ich doch. Blub, 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 blub. Ist irgendwas Neues hier? Ne, das sind die blauen. Blauer Slime, Honey-Slime. Äh, Cube-Berry will ich auf jeden Fall behalten. Da sind noch mehr Hühnchen. Hier gibt's, gibt's irgendwo noch, äh, 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 Wasser-Slimes. Die hab ich doch noch gar nicht gesehen. Hmm, Stony-Hen. Wir können normale Hens hier lassen. Ich will noch die hier nochmal mitnehmen. Ja? Die Radieschen? Guck mal hier. Honey-Phosphor-Ingo. Oh, wie, ich dachte schon, das wäre ein Goldener. So. Da! Guck mal, da ist ein Slime. Äh, Wasser-Slimer. Oh, was weiß ich denn hier? Heartbeat oder Cube-Berry? Oh, scheiße. Ich glaube, ich lasse... Die hier. Scheiß drauf. Den nehmen wir mit. Wow! Blub. Der Puddle-Slime. Keep one in your boot and always stay cool. But it's weird. Okay, haben wir noch mehr davon? Wow! Ich glaube, ich lasse noch einen Ruhn hier. Ist ja egal. Ich glaube, die Stonyhands reichen. Ich glaube, die Stonyhands reichen. Warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Können wir hier eigentlich schon wieder runterspringen? Wir gucken mal gerade. Ne, hier ist das Portal. Ach so, scheiße. Ach, dann kommen wir direkt wieder nach Hause. Dann kommen wir direkt wieder nach Hause. Dann lohnt sich das mit den Hühnchen gar nicht. Ich dachte, wir können dann wieder einfach zurücklaufen. Das geht ja gar nicht. Dann lassen wir die Stonyhands hier. Oder die... Erstmal gucken wir noch weiter nach Wasser. Haben wir noch Wasser-Slimes? Hier ist nur einer gewesen. Das ist noch einer. Den haben wir. Ich glaube... Scheiße. Drei. Drei müssten erst mal reichen, oder? Jetzt kommt der... Oh, guck mal. Der ist abgekühlt. Mann, die Wasser-Slimes sind ja schon niedlich irgendwie. Das ist noch einer. Ne, das Plaut. Plaut. Mann, bist du hässlich. Halt auf, so rumzuzwischern. Ich will euch alle einsammeln, ihr kleinen süßen Dinger. Mann, ich will meinen Inventarplatz erhöhen. Verhöhen? Brian, Stonyhan. Ach, scheiße. Egal, wir gehen zurück. Scheiß drauf. Ich lasse die Radieschen hier liegen. Die verschwinden ja nicht. So. Trautes Heimglück allein. So, was upgraden wir denn? Wir haben hier 144. Ja, von dem Zeug. Wer ist denn noch mal Hühnchen? Es ist hier Hühnchen. Also, wir tun erstmal alles hier rein. Bla, 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 bla. So, die kommen in den Pont. Ja. So, in den Pont. Bui. Oh, guck mal. Wie süß. Ich klein, klein kuscheligen, klein slimy, boys. Kleini, slimy, limmy, pleini, kleini, pleini, schleinis. Tut mir leid, es geht wieder. So, wir brauchen eine Pogufruit. Kommt her. Ich muss unbedingt mal sowas hier freischalten. Dann können wir noch mehr Sachen bauen. Noch mehr. Aber Pogobäume sind schon super bis jetzt. Muss ich doch wirklich zugeben. Pogufruit. Pogufruit. Blum, 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 blum. Äh, au. Oh, nur so geht's. Okay. Einfach rein stapeln. Ja, irgendwann essen es ist oder auch nicht. Oh, guck mal. Da hab ich nicht ganz aufgehoben. Da ist noch Honey Slime. Honey, ihr blaut, manch. Oh, guck mal, wie viele. Oh, 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 oh. Oh, schön. Dann bringen wir das mal zurück. Ich muss das ja upgraden. Nicht vergessen, damit im Inventar frei wird. Sehr gut. Was ist das Blaue da? Ja, das sind die Wasserplot-Dinger, ne? Glaub ich. 624. So, wie viel brauchen wir zum upgraden? Da. Hier ist der Knopf. Additional Storage. Oh, Kase. Poor Chase. Poor, poor Chase. Poor, poor. Wie ihr wisst, was ich meine. So, dann kriegt ihr ein paar Hühnchen. Oh, guck mal, hier sind nur noch Briar Hands. Bla, 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 bla. Oh, tut mir leid. Nicht den Rostro. So, Hen Hen. Briar Hen. Tut mir leid, dass ich mich da reinschicken muss. Ich werde das Ding definitiv umbauen. Ganz weit weg. Ja? Ganz weit weg, wo ich nicht oft hinkomme. Damit das nicht andauernd explodiert und mich nervt. So. Hier haben wir nochmal massig Plaut. Sehr gut. Hier haben wir explosives Plaut. Das wird auch gleich nochmal eingesammelt. Das sind Dreckspanner, ey. Das sind echt die schlimmsten. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Voll die Unordnung. Ich glaube, die wurden zurückkatapultiert oder so. Kalthalpultiert. So. Her damit. Gib mir die Pupfruz. Immer eine Kanone. Das macht einfach Spaß. Ich liebe dieses Ding. So. Ähm. Ein bisschen. Hier. So. Unplaut. Okay. So. Wir bringen das zurück. So. Ich will auf den Tubby Slime in die Luft jagen gehen. Ich muss halt sehr viel Geld machen noch. Wie viel kostet das denn, die Erweiterung? Ist das denn eine Erweiterung quasi? Äh. Ranch Expansion. 1.500, das geht ja. So viel ist das nicht. So viel ist das nicht. So. Wir gehen zurück zum Tubby Slime. Der große Tubby Slime. Und dem müssen wir Hühnchen geben. Die bleiben erstmal. Hier ist mir egal. Ignorieren wir alles. Ja. Wenn ich das besser stacken könnte alles, dann würde ich das auch aufsammeln. Aber ich habe so wenig Inventarplatz. Sind da Hähnz? Seht ihr was? Ne, sind keine. Ich hätte schlafen gehen sollen. Ich glaube, das hätte ich wirklich tun sollen. Gucken wir mal gerade. Hähnz? Was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, ich muss schlafen gehen. Da sind Hähnz. Eine. Nein! Hühnchen! Okay, vielleicht sind hier Hühnchen. Hühnchen. Lebt ihr noch? Oh, guck mal, da kommen die Feen. Ich muss die mal einsammeln. Ah, die kommen eigentlich jede Nacht. Eigentlich ist das scheißegal. Ne, sind keine Hühnchen. Warte, die Grünchen sind vielleicht gewachsen hier. Ah, guck mal, alles Wustros. Und dahinter auch. Komm her. Ist der schon am Platzen? Verdammt, reicht aber nicht. Seht ihr noch? Mist, die sind bestimmt alle da reingefallen. Hält der mich im Hühner. Verdammt nochmal. Ja? Verdammt nochmal. Mann, ey. Diese Fliegen, die kommen sowieso übernachts. Das ist egal. Mann, ich hätte schlafen sollen. Der hätte der alte mal lieber übernachten sollen. Dann hätten wir jetzt auch Hühnchen. Aber nein. Guck mal, ich habe Post. Wie kann ich die denn einsehen? Slimepedia. Nein. Hm. Das ist ein Küken. Das ist ein Küken. Egal, die können wir ja gerade mal mitnehmen. Egal. Komm, ich sammle auch die Bogo-Dinge ein, damit ich nicht mit leeren Händen nach Hause gehe. Kann ich auch ein bisschen was einsammeln. Kann ich auch ein bisschen was einsammeln. So. Sehr gut. So, zurück. Das Spiel läuft ein bisschen komisch. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Frame-Einbrüche. Verluste. Aber egal was soll. Jetzt ist ja Early Access. Kann ja immer passieren. So. Okay, zurück schlafen. Und dann gehen wir nochmal hier lang. Da müssen die ganzen Hühnchen hier wieder sein. Blow. Blow. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit dem Boden passiert? Das ist schleimig. Hehe. Schleimig. Blow, 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 blow. So. Da. Pink, blau. Was haben wir denn noch hier drin? Sieben. Sieben Stück. Schicker Duis. Oh, oh, oh. Wo bin ich denn? Oh, raus hier. Oh, guck mal. Hier habe ich ja gar nichts drin. Was war denn mal hier drin? Warte mal. Ich bin verwirrt. Habe ich die alle getötet? Oh, dann kann ich ja da die, äh, die blauen Dinger reintun, glaube ich. So, jetzt bring ich jetzt mal den Plaut weg. Bla, blau, 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 blau. Bla, blau, blau, blau. Ach, halt total wenig. Was sind denn die grünen eigentlich? So, schlafen. In meine Kapsule. Kapsule. Äh, sleep until morning. Star Mail. Da ist es doch. Guck mal nach. Star Mail. Hello, Bob. Hello. Hello, hello, hello. Chickens. Hello, chicken, chicken. Hello, Bob. PS Chicken. No subject. Moshi Miles. Well, it seems like another wannabe rancher has signed up for lonely existence on a far away space rock. Congrats, Beatrix. Salutations, Lebe. Wäre cool, wenn ihr mir Post schicken könntet. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. So, jetzt wollen wir nochmal die Chickens einsammeln. Winner, winner, chicken dinner. Ach, egal. Komm, wir gehen jetzt vorhin lang. So, Chickens. Mein Gott, hier muss echt mal aufgeräumt werden. Das geht so gar nicht. Ja, meine Freunde. So, hier oben gibt es auch noch Hühnchen eigentlich. Wieder nur Küken. Was ist denn hier los? Hier müssen doch irgendwo erwachsene Hühner sein. Sonst nehme ich mir Hühner von... Oh, da sind zwei Stück. Schnell, 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 schnell. Zwei. Okay, dann schnell zurück. Äh, ich meine, äh, zu dem anderen Hühnchen hier vorne. Oui. Oui. Juhu. Oui. So, okay. Hier vorne gibt es noch Hühnchen. Nein, das war kein Hühnchen. Keine Hühnchen. Ich glaube, es werden zu viele Slimes. Ja. Ah, verdammt nochmal. Okay, vier. Wie komme ich denn da hoch? Oh, da sind auch schnell... Ah, weg. Aus dem Weg. Scheiße, wo bist du hin, Hühnchen? Scheiße, wurde gegessen, oder? Guck mal, da oben sind ganz viele. Da sind ganz viele, aber ich komme da nicht hin. Nein. Nein, pass auf. Oh, Gott sei Dank. Ach, Mann, verdammt nochmal. Ich glaube, ich muss die Tars hier mal wüten lassen. Warte mal, ich kann hier hoch. Oh, ich hänge fest. Ja, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Ah, Mist. Verdammt nochmal. Oh, noch ein Hühnchen. Oh, der muss weg. Und Hühnchen. Oh, die haben ja noch im Dingens. Habe ich ja gespeichert. So. So, Riesen-Tubby-Slime. Mann, verdammt, wo ist das Huhn? Ich hoffe, ich habe jetzt genug Hühnchen. Oh, aus dem Weg geht's hier. Oh, gibt's doch nicht. So. Friss. Gibt's doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Tubby-Slime, so toll. Soll ich mit euch? Hässliche Dingern. Oh, nein. Was? Da war doch noch eine Kiste. Nee. Egal, da können wir irgendwann nochmal hin. So. Tubby-Slimes. Ja, was soll's. Ich meine, lassen wir die erstmal hier drin. Ja? Wir haben da sonst da nichts drin. So. Was kann ich denn noch hier ranbauen? Ich könnte jetzt sparen für die Farm-Expansion. Demolisch. Nee, das ist schon fertig. Okay. Brauchen 1.181. Guck mal, 19. Ich glaube, es könnte... Ah. Boah, das Erste, was ich mache, ist, diese Dinger umplatzieren. Die bringen aber so viel Plout. So richtig gutes Plout. Ja? Richtig gutes Plout. Wann wird das denn nicht mal eingesaugt? Ah, sonst muss ich da gleich... Was machst du denn hier draußen? Vielleicht das doofes Hühnchen. So. Einsortieren. Umplaut. Ja, das war's, glaube ich. Ich glaube, 1500, ne? Jetzt haben wir schon 1800. So. Wie weit muss ich denn hier hochrennen, meine Güte? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hier kann ich quasi... Oh, das ist eine gute Idee. Guck mal, hier kann ich quasi Hühner züchten oder was? Oh, guck mal, wie viele Hühner hier sind, Alter. Hier, komm, direkt jetzt mal zu den Boomplords. Wow, ich könnte hier, äh, überall, äh, Hühnerfarm hinbauen, ja? Ich könnte hier meine Hühnerzucht hinsetzen. Dann hätte ich mehr Platz in dem anderen Gehege. Oh, ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist eine grandiose Idee, Aldemar. Du bist so intelligent. Ich bin so intelligent. Ich bin der klügste von allen. Aber wie viele könnten wir hinbauen? Wir haben hier vier Stück, ja? Es werden, ähm, okay. Viel Hühnerfarmen. Das wäre echt viel. Okay, hier sind auch noch überall, äh, Pogo-Fruits. Mann, ist das krass. Okay. Was soll man denn auf der anderen Seite? Wie viel kostet das denn? Ich schmeiße jetzt erstmal die... Oh, ich muss einen neuen Baum pflanzen. Ich will mal gucken, was auf der anderen Seite wäre. Boah, ich muss aufpassen. Oh. Diese scheiß Teile. Aua. Meine Güte. Ich hasse sie. So, hier. So, und ihr esst ja auch gleich, ne? Aber ihr kriegt das mal gar nicht. Sie können hungern. So. Bla, bla, bla. Guck mal, wie viele Rustros wir haben. Voll viele, oder? Okay. Bla, 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 bla. Okay, hier haben wir noch eine Stoney Hen. Die können eigentlich, äh, was bringt denn Tuttyslimes? Sie gucken mal gerade, Tuttyslime. Das bringt, äh, 29. Das bringt 25. Boah, die bringen sogar mehr ja momentan. Oh, die bringen genauso, genauso viel. Okay, dann geben wir dem auch mal ein bisschen, glaube ich. Was macht das eigentlich? Macht der Rustro irgendwas Besonderes? Ja? Das hier irgendwo erklärt? Nein. So. Die Rustros bleiben erstmal hier. Ja, die. So. So. War ja, Hen. Esst erstmal fleißig. Haben wir schon Cloud Collector? Haben wir. Ist da noch irgendwas drin? Nein. Natürlich nicht. So, hier haben wir noch 31. Wow. Wurde eingesammelt. Sehr gut. Okay. Bringen wir das mal weg. Äh, wie viel brauchen wir denn hierfür? Oh, das ist eine Höhle. Oder was ist das? Ranch Expansion. 1500. De Grotto. Sie Grotto. Schade, dann haben wir ja schon beide Expansions. Und dann? Was mache ich denn dann mit meinem ganzen Geld? Naja, gut. Wir werden noch sehen. So, ich könnte jetzt erstmal eine Farm bauen für die Boomplots. Ich würde die sogar in den neuen Expansions bauen. Ja? Dann haben wir hier nämlich wenigstens schon mal Ruhe. Oder? Ich setze... Ich könnte auch die... Ne, da hoch ist auch zu nah. Ne? Hier wären die Boomplots auch zu nah, glaube ich. Oder? Ich meine, hier könnten die gut hin. Oh, guck mal. Die machen die einfach so kacka. Ihr habt doch gar nichts zu essen bekommen. Na, ihr dürft ihn... Nein, er ist tot. Ne, doch nicht. Oh, guck mal. Die haben einfach kacka gemacht. In dem Teich. Paddelplot. Wie viel bringt das? 57. Water. Nein, ich will kein Water. Und die nächste Expansion. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir haben nicht gleich alles schon freigeschalten. Die Grotto. Oh. Achso. Nur im Norden. Die Grotto. Oh, ist dunkel. Ich glaube, hier können wir die Feen reintun. Also die Fee-Slimes. Oh, guck mal. Ich glaube... Das ist echt super. Ich glaube, hier kommen die explosiven Arschlöcher hin. Und zwar nach hier. Hier. Hier kommen die explosiven Arschlöcher hin. Sehr gut. Wir brauchen 250 und noch ein bisschen mehr für die Upgrades. Dann haben wir erstmal Ruhe hier. Äh, äh. Ich glaube nicht, dass wir die Chicken Farms ganz nach da hinten packen. Das wäre echt ein weiter Weg. Obwohl, eigentlich ist es auch egal, ob es ein weiter Weg ist. Ich könnte eher alles hier in die Mitte packen. Aber ist alles so gut zu erreichen momentan. Hm. So. Habt ihr schon mal hier? Sehr schön. 21. Blum. 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 Blum sagen. Blum. 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 Ihr habt auch AA gemacht. Fein. 11 AA habt ihr schon? Ihr seid ja so fein. Ihr kleines höchsten Tubby Slimes. So. Und ihr habt es hier. Gut. Dann können wir nämlich das Bum-Dingen mal umsetzen. Okay. So. Ah. Sehr gut. So, Leute. Erstmal abspeichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da setzen wir erstmal die Boom Slimes um. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020